So, meine letzte Aufnahme für heute. Da läuft nix mehr, ne? Gut. Da ist zu. Hier ist dicht. Gleich. Und hier wird dicht gemacht. Aha. Hier ist dicht. Jetzt können wir auch wieder mehr reden, weil ich jetzt auch wieder mehr Zeit habe zum Reden, weil ich nicht mehr so nachdenken muss. Gut, dann laufen wir halt hier runter, um das Ding zu aktivieren. Was soll's? Ach du meine Güte, was ist denn das für ein Baum? Da kriegst du Lust, das Ding abzuholzen. Zack, zack. Zack. Bist du schon weg? Ne, ich dachte schon, ey. Alter, das ist noch der Baum. Boah, ist der riesig. Habe ich ne Schere dabei? Natürlich nicht. Und auch nur ein Eisen. Weißt du was? Ich mach mal schnell die Schere. Das ist es mir jetzt wert. Habe ich hier noch eine irgendwo. Passt mal auf, ich pflanze mal Karotten an. Und Kartoffeln. Das war so. Das war alles wieder wegpacken. Redstone weg, die Schaufel weg. Nein, die Schaufel bleibt. Darm. Das mache ich da. Das weg, das weg. Das, 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 das. Müsste reichen. Kann man schon wieder alles ernten. So. Und da kommt schon das Holz zum Vorschein. So. Was macht denn die Fackel da? Boah, wie viel Müll wir jetzt einsammeln. Äh, wieso flutig hier? Machen wir hier mal alles weg. Das kann auch weg, das stört noch. Haben auf jeden Fall eine Menge, 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 Menge Blätter. So, nur kommt der weg. Ach, Mist. Ja, weg und weg. Eine Schere. Vielleicht mach ich auch einen Durchgang offen. Nee, die Monster werden wieder angemacht. Dann rennen die mir die Bude ein. So, eine neue Schere. Und weiter geht's. Meine Schere. Nein. Ich habe es leerlaufen. Mhm. Jetzt ist hier ein bisschen kahl geworden. Pass auf, ich setze die Bäume mal taktisch besser. Haben wir Knochen? Nee, aber Bohnenmiel haben wir. Und wieder zurück. Pass mal up. Wo haben wir denn die Hoh? Da haben wir die Hoh. Karotten. Einmal Karotten. Zweimal Karotten. Ähm, wo sind die Kartoffeln? 25. Upsala. Upsala. Na komm. Na, Mist. Da unten. Da oben ist soweit alles gut, ne? Gut, hab ich Sound? Nee, kann ich mal wieder Zeit machen. Zack. Jetzt bloß nicht an den Schalter kommen. Gut, hier ist alles weg. So, die sind gesetzt. Jetzt haben wir eigentlich alles. Dann haben wir da einen schönen Schalter. Der Symmetrie. Nee. Ich weiß nicht. Komm, ich lasse es erst mal so. Ausbessern kann man es ja immer noch. Nein, Mist. Vier Stück nach vorne. Gut, das passt so. Ach, sieht das nicht schön aus. Lauter Karotten. Die sind alle fertig. Bis auf die eine Melone da, aber die kommt auch noch. Oder ist sie schon? Wieso? Wieso kommt noch nix? Ach komm, die lässt sich Zeit. Gut, dann ernten wir eben in der Zeit mal hier ab. Ich glaube, wenn wir springen, bringt uns das gar nichts. Oh. Wir müssen langsam machen, ich hab's gerade gemerkt. Und zack, und zack, und zack. Könnte es sein, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird, weil ich das jetzt noch ernten will und dann nochmal neues Zeug hinmachen will. Seerosen brauche ich, dann kann ich einfach durchrushen und muss es nicht mehr aus dem Wasser fischen, wenn was daneben fällt. Oh, ich sollte mal ins Bett nehmen, wir haben schon 5 Uhr vorbei. Wäre vielleicht gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Ähm, gut, aber erstmal bringe ich den Weizen aus. Erst wird die Ernte ausgebracht, dann wird geschlafen. Das geht so eigentlich ganz gut bei den Feldern. Man kann ja einfach drüber laden, ohne dass irgendwas passiert. Das konnte man nicht die ganze Zeit, das wisst ihr bestimmt noch. Vielleicht. Der Ordnung halber, komm, mach ich das auch noch so. Melonen. Samen. 32, brauche ich nicht mal so viel. Naja, egal, jetzt sind sie da. Man kann sich übrigens auch wieder ganze Melonen draus machen. Kann ich euch ja mal zeigen. Wenn ich es zeitlich noch schaffe. Weißt du da schon was? Sieht man das überhaupt? Ja, es wird groß. Gut, dann mach ich mal zu. Zaun muss ich noch machen. Ja. Und da habe ich noch ein bisschen Zaun. Sieben, wow. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ach, ich bin so schlau. Zack. Einmal, zweimal, dreimal. Können sogar noch hinhauen jetzt. Entschuldigung, ganz kurz husten. Warte, Ausschau. Der Huster war mal nötig. Ich zäune das noch ganz schnell ein. So. Und drunter machen wir Erde. Halt, was mach ich da? Also hier. Die Fackeln hier weg. Alter, wo ist die Axt? Ähm, da. Ich zäune. Ich zäune mich. Und drunter machen wir Erde. ện Das muss natürlich weg, sonst kommen die da drüben da drüber und das wäre natürlich bescheiden. Da kommt ein Türchen rein. So, das reicht, die Größe. So, Entschuldigung. Das muss jetzt einfach mal sein, der Rollstuhl. Hier noch eins. Und hier. Da und da. Hier rüber und hier rüber. Ne, das ist blöd. Eins, zwei dahinter, wenn dann schon symmetrisch. Naja, jetzt geht's einigermaßen. Auf jeden Fall ist es jetzt hell genug, denke ich mal. Dann kommen wir hierher. Plopp. Und sich das alles holen. Dann mache ich hier noch ein Türchen hin. Geht ja auch ganz schnell. Und zwar. Und zwar. Zack, 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 zack. Zack, zack. Nee. Nee, 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 nee. Wie war'n das? Hä? Ach, stimmt's. Hä, nee. So war dat. Volles Inventar, Mann, no, man, no, man, no, man. Weg, 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 weg. Das kann weg, das, 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 das. Das. Das, das. So. Machen wir hier ein Fenstergarte hin. Komm mal hier rein. Sich das holen. Plopp. Und wieder gehen. Ja, passt doch. Na, es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich schaue es mal von oben an. Nee. Sieht nicht schlecht aus. Kann man auch beliebig dann vergrößern vielleicht. Hoffe ich. Ach, wie viele Möglichkeiten man hier hat, ey. Boah, das ist... Das ist ja wirklich... Ah, ist hier alles symmetrisch. Aha. Ja, Kürbisse. Hm, äh. Aua. Schilf. Schilf. Ja, sieht schon geil aus hier. Dann würde ich auch mal sagen... Auf dem Dach bin ich der Aufnahme. Komm, das... So viel Zeit muss sein. Und so viel Zeit auch. Und so viel Zeit auch. Lass mich mal kurz was machen. Lass mich mal kurz was machen. Was gucken. Ich bin auch ein Ehr, der kann ich das hier irgendwo klauen. Ja, da. Sieht es vielleicht besser aus, wenn ich... Ja, sieht besser aus. Dann mach ich das dann so. Perfekt. Und mit... Tomb Raider Legend... Gehen wir... Getrost... Gleich... In den Feierabend. Es wird sogar dunkel, praktischerweise. Ach ja. Ist das nicht schön geworden? In dem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr hoffentlich auch wieder einschalten werdet. Wenn es wieder heißt, let's play Minecraft. Tschüssi. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Tschüssi.